Hallo Frau Schauer, es ist schön, Sie hier bei der KISS begrüßen zu dürfen im Rahmen des Vier-Minuten-Pitches zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und aus der hessischen Perspektive heraus. Und damit haben Sie das Wort und ich verschwinden. Alles klar, dann fange ich mal an. Ich grüße in die Runde. Liebe Teilnehmende, ich freue mich sehr, Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Arbeit am hessischen Kultusministerium bieten zu können. Mein Name ist Tina Schauer und ich bin Landeskoordinatorin BNE im Team des hessischen Kultusministeriums. Wir möchten BNE und damit natürlich auch die Klimabildung an hessischen Schulen und Studienseminaren implementieren. Die große Frage, der wir uns stellen, ist, wie das gut gelingen kann. Ja, kann eine Implementierung der BNE über einen Button-up-Prozess gelingen oder müssen wir mehr Vorgaben haben? Welche Unterstützungsmaßnahmen könnten dem Button-up-Prozess dienen? Wie können wir die BNE in Hessen noch fester verankern und wie können wir Schulentwicklungsprozesse bestmöglich begleiten? All das sind Fragen, die wir in Hessen schon seit einiger Zeit fest gemeinsam in den Blick nehmen. Wir haben neben den Ihnen bekannten Papieren wie der Agenda 2030 oder dem Orientierungsrahmen Globale Entwicklung und dem nationalen Aktionsplan auch für Hessen einige Vorgaben, die uns den Rahmen zur strukturellen Verankerung der BNE ermöglichen. So bietet uns zum Beispiel die hessische Nachhaltigkeitsstrategie viele Anknüpfungspunkte. Auch die Verankerung der BNE im Paragraf 6 des hessischen Schulgesetzes als übergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgabe ist eine gute Grundlage. Zur Unterstützung der Unterrichtsentwicklung an den Schulen möchten wir aber auch die Anbindung an unsere Kerncurricula aufzeigen und sind daher gerade bei der Entwicklung eines BNE-Leitfadens für Hessen. Wir arbeiten sehr eng mit dem hessischen Umweltministerium zusammen und begleiten und zertifizieren dabei die Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, BNE zu implementieren. Wir haben viele verschiedene Zugangszertifikate unter eine Dachmarke Nachhaltigkeit Lernen in Hessen zusammengeführt. Hierüber möchten wir auch das tolle Engagement unserer Schulen würdigen, die sich schon seit vielen Jahren aktiv in einem Bottom-up-Prozess auf den Weg gemacht haben. Neben der eben aufgezeigten Dachmarke Nachhaltigkeit Lernen in Hessen haben wir noch viele weitere Strukturen zur Verankerung der BNE. Wir zertifizieren in Hessen BNE-Bildungsträger und haben zahlreiche regionale BNE-Netzwerke. Einen ständigen Austausch verschiedenster AkteurInnen bietet uns der Runde Tisch BNE der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie. Besonders innovativ finde ich auch unsere Lehrkräfteausbildung. Hier entwickeln sich aktuell vier Studienseminare im Rahmen einer Länderinitiative, unterstützt von Engagement global in einem Whole Institution Approach weiter und denken Lehrkräfte Bildung neu im Sinne einer BNE. Neben Vorgaben und Strukturen versuchen wir als BNE-Team des hessischen Kultusministeriums Schulen Beratung zu bieten, mit MultiplikatorInnen die Schulen zu vernetzen, Fortbildungen und Fachtage anzubieten und bei pädagogischen Tagen zu unterstützen. Hierdurch erhoffen wir uns eine gute Begleitung unserer Schulen im Schulentwicklungsprozess zu BNE-Schulen. Eine Hauptvernetzung bieten wir über unsere BNE-Seite auf dem hessischen Bildungsserver und das Klima-Bildungsportal. Schauen Sie gerne bei uns rein. Nehmen Sie zu unserem Team Kontakt auf, um weitere Ideen auszutauschen. Und dann danke ich Ihnen auch schon fürs Zuhören und freue mich natürlich auf den Kontakt mit Ihnen und dass Sie mal reinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Ihnen, Frau Schauer. Das war sehr, sehr schön gezeigt, was in Hessen alles entsprechend schon im Bereich der BNE getan wird. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne und gerne wieder. Das finde ich toll. Vielen Dank. Vielen Dank.